Ich hoffe, du hast nichts gelernt Guck dir den Titel an, der hat sogar ein Auto Warum gehst du nicht zu Orgelärter in die Werkstatt? Wer gibt dir eine festen Anstellung? Hältst du ihn nach dem Wind? Jungen Und wie du wieder aussiehst, wir schreien nach uns Und schläg' dich die Sonne an Was soll die Nachbarn gehalten? Mit deinem Arm? Und wie du Idioten Was soll die Nachbarn gehalten? Was soll die Nachbarn gehalten? Musst du mal raus? Machen uns das so? Yeah Jungen »Mischt deine Mutter nicht das Herz« »Es ist noch nicht zu spät« »Dich an der Runde einzuschreiben« »Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert« Und das ist nichts für dich Mein eigener Streicherzoll Und wie du die Augen siehst Lächeln in der Nase Und ständig die Teile herab Von den Nachbänden Die ländliche Gitarren Und in all diesen Texten Das fehlt auch keiner herab Von den Nachbänden Die nächste da raus Und als letztes Wiener zünder Die ländliche Gitarren Und das ist nichts für deine Wassen Und du warst so ein süßes Kind Und du warst so ein süßes Kind Und du warst so ein süßes Kind Du warst so süß Und du warst so ein süßes Kind 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 Wir haben Glück gehabt. Ich wusste es nicht von mir. Vielleicht hätten wir das auch unter den neuen Tanzkreisen. Ah, die Tanzkreise. Ja, also. Ah, geht doch. Deswegen staubt das nicht. Aber ich meine, es ist okay. Aber jetzt ganz ehrlich, beim Musikantenstadion machen sie größere Wollower. Der ist nicht im Fernsehgarten. Inzwischen. Da sind die auch mehr tätowiert. Ich finde es so geil, dass da immer ein Hausmeister ist. In jeder vernünftigen Wall of Death ist ein Hausmeister, der sagt, wie es geht. Danke dir. Aber da, wo die Berlin-Fahne weht, ja? Ja, da ist kein Wall of Death. Nee, da könnte man doch nochmal aus zwei großen Wall of Death eine riesengroße Wall of Death machen. Ja, das könnte man machen. Wo ist der Wall of Death, der dieses Meer aus Menschen schneidet? Ja. Ah, ja, 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 es passiert was. Ja, es passiert was, ich sehe. Ja, so läuft das. Ja, ist ganz gut. Ja, ganz gut. Geh mal ans Schlagzeug. Geh mal bitte ans Schlagzeug. Lieber sehr geehrter Herr B. Könnten Sie vielleicht an dieser Stelle ans Schlagzeug gehen? Als Schlagzeug gehen, dann könnten Sie vielleicht noch... Ja, okay, ja, schön. Wollt ihr auch noch? Keine Ahnung. Oh, Timmer, deine Freundin! Ist meine Ahnung. Ja, 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 ja. Puh, dieя-ja. Wie ist dein Mach-tein? Ja, 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 ja. Du bist mal groß und siehst, Dein Mach-tein Herz. Ja, 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 ja! Ja, ja, ja. Das war alles, was Ruh-da in den Bar, Feinbar. Nein, nee, 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 nee.